Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In dieser Folge der Smart Facts zeige ich dir das neue KNX-Netzteil von Phoenix Contact. Phoenix Contact ist den meisten von euch höchstwahrscheinlich ein Begriff als Hersteller von Reihenklemmen in der Verteilertechnik beispielsweise. Aber Phoenix Contact hat auch eine Vielzahl an Netzteilen im Sortiment und hat da auch eine sehr, sehr große Kompetenz. Und jetzt ganz Neues, wurde auf der Light & Building 2024 vorgestellt, ist das erste KNX-Netzteil von Phoenix Contact. Was direkt auffällt, das Netzteil ist extrem schmal, es hat nur 3 TE, es hat, klar, weil es nicht ja gar nichts Netzteil ist, entsprechend auch den KNX-Bus-Anschluss und es hat noch die Ausgangsspannung für weitere Geräte, also der ungedrosselte Ausgang. Das Besondere an diesem Netzteil ist aber das kleine Display hier vorne auf der Vorderseite. Phoenix hat es geschafft, Diagnose-Funktionen in diesem Display darzustellen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, ohne in eine Applikation oder in irgendeine Visualisierung reinzuschauen, mir aktuelle Daten aus meinem KNX-System anzeigen zu lassen. Wie das im Detail ausschaut, das schauen wir uns jetzt in der Näheraufnahme mal an, denn das ist echt eine sehr, sehr coole Funktion, die es bisher so in der Form noch nicht am Markt gibt. So, das Netzteil haben wir jetzt mal mit 230 Volt versorgt und ich habe hintendran mal ein KNX-Gerät drangeschlossen. Sobald das Display angeschaltet ist, sehe ich schon mal die Hauptdaten des Busses. Das heißt, ich sehe hier, welche Spannung gerade an den Klemmen anliegt, ich sehe den Strom, der gerade fließt und ich sehe die Temperatur des PCBs, also der Platine an sich. Mit diesem kleinen Taster hier unten rechts kann ich durch das Menü durchspringen und hier sehe ich jetzt noch mal, was sind so die Grenzwerte, so die Minimumspannung oder die Höchstspannung, die irgendwie in der Zeit war. Ich sehe hier das Gleiche auch für den Strom. Es hängt jetzt nur ein Netzteil hinten dran, ein Gerät hinten dran, von daher ist da jetzt kein großer Stromverbrauch zu sehen. Ich habe auch hier die Möglichkeit nochmal die Temperaturen zu sehen. Also es ist eigentlich ganz gut, um einfach schon mal die ersten Fehler, im Fehlerfall die ersten Fehler zu analysieren. Was ganz interessant ist, ist auch die Laufzeit. Hier könnte man sich beispielsweise so eine Idee vorstellen, dass man, wie ähnlich wie es bei einer Autoinspektion ist, dem Kunden sagen kann, bei so und so viel tausend Betriebsstunden komme ich gerne vorbei als Integrator und mache eine Inspektion beispielsweise von deiner KNX-Anlage. Aus der letzten Seite habe ich nochmal die Artikelnummer und die Firmware dazu und sobald ich dann weitergeklickt habe, komme ich dann wieder auf die Startseite zurück. Grundsätzlich sind in meinen Augen alle notwendigen oder auch wissenswerten Informationen da und ich sehe es auch nicht unbedingt notwendig an, dass diese Daten auf dem Bus sein müssen, weil sie eigentlich den Bus nur vollmüllen, kann man so ein bisschen flapsig sagen. Und so habe ich die Informationen, die ich wirklich brauche in meiner KNX-Anlage, auf diesem kleinen Display mit drauf. Ja, zwar kann ich euch leider heute keine Applikation zu dem Netzteil zeigen, denn das Gerät an sich ist ein passives Gerät. Es hat also keine ETS-Applikation. Ich kriege auch die Daten, die ich in dieser Diagnosefunktion sehe, nicht auf dem Bus. Am Ende vom Tag ist es für mich aber gar nicht so schlimm, denn wenn ich den Kunden beispielsweise auf der Baustelle habe, der kann ganz einfach selbst schauen, welche Fehler, welche Diagnose liegt zum Beispiel gerade an und somit macht es die Sache sehr, sehr simpel. Auch vom Preis her ist das KNX-Netzteil sehr, sehr interessant und bietet auf jeden Fall einen Mehrwert in jeder KNX-Applikation. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Phoenix-Netzteil, wenn ihr weitere Fragen habt zu Komponenten von Phoenix Contact, wie gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Bis zum nächsten Mal.